Ein Hauch von Finale in der Arena Schwerin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Der Schweriner Sportclub, der deutsche Meister, empfängt den Vizemeister Dresdner SC. Und dabei geht es nur um zwei Punkte in der Bundesliga, aber nicht nur. Es ist eine Prezise-Stuelle, es ist quasi ein Derby hier in der Arena und das will gewonnen werden. Das Hinspiel gewann die Dresdner mit 3 zu 0 und da hat der Schwerin SC etwas gut zu machen. Andererseits, der Dresdner SC möchte auch hier die zwei Punkte mitnehmen, möchte man doch Revanche nehmen für das verlorene Finale letztes Jahr bei den Playoffs. Ob Ihnen das gelingt oder ob der Schweriner SC hier die zwei Punkte in der Arena behalten kann, das gucken wir uns jetzt an. Schweriner Sportclub gegen Dresdner Sportclub. Dresdner Sportclub gegen Dresdner Sportclub 10 bis 9 bis 14 Jahren. 13 bis 14 Jahren. 3 bis 15 Jahren. 8 bis 16 Jahren. So die Jungs sind frühe in der Schnur. Und 50 bis 15 Jahren. Alles gut für eure�en Niederkrieg. 8 bis 15 Jahren. Die Jungs in der Niederkrieg sind frühe, Und Gaspar aus E-Stadion, aus den T-E-Stoulli-A 7, Dperne Malz, Luka Lester, Dperne Malz, Wester, Kamp screenshots, Dperne Malz, Herr Rehmeyer, Abschiede, Mia Kroos, Dperne Malz, Chris, Jürgen Westerhoff, D.C. Wannske, Martin Duan, D.R.D. Ebenen Ausfeld, Jürgen Westerhoff, D.J. Denise, Jürgen Westerhoff, Jürgen Westerhoff, Jürgen Westerhoff, Jürgen Westerhoff, Jürgen Westerhoff, D.J. Namenska, Jürgen Westerhoff Hüngemar, teksturem jeder in der Nivea pulsiert. соня니까 yine, Duan, 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 duan. Nivea, duan, 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 duan. Jetzt kunst du den Nivea痛 kommen, den Nivea Dieselhaff, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute geht es nicht um ganz so viel, aber doch um die Ära, es ist ein besonderes, ein Prestigeduell zwischen Schwerin und Dresden Musik Musik So, nachdem die technischen Sachen geklärt sind, geht es jetzt los mit Julia Rätselaft, das Spiel ist eröffnet Musik Und der erste Punkt, Gegner dreht es in Judith Piedersen, macht den ersten Punkt Durch die Hände des Blocks durchgeschlagen Schwabe Bringt den Ball rein, Miratoppels, Probleme bei der Annahme 0-2 Wieder Schwabe Der Ball im letzten ersten Punkt für Schwerin, die Arena setzt sich wieder Und Bernd Kauffeld Ah, da blocken nicht zusammen von Hanke und Brand und der Punkte für Dresden durch Anna Matos 3-1 Robin, Rückruf Gut gestellter Block Jetzt wieder Top-It Anja Brand scheidet da am Block Klasse gerettet von Lisa Thomsen Ah Da geht ein Raunen durch Schweriner Publikum Es kann ja nicht immer alles klappen, Dennis Hanke legt den Ball ins Netz Wenn auch, guter Gedanke nach einem ganz, ganz tollen Ballwechsel 4-1 für Dresden Und Julia Ratzlapp Mit dem Punkt Der Block nicht geschlossen Mit dem direkten Punkt Gefährliche Angabe Die Sprungaufgabe Carretarina Schwabe ohne Chance 3-4 Jetzt guter Block Von Brand und Tormann Tormann Mit dem Ausgleich 4-4 Ja, es wurden auch einige Klatschblätter verteilt In die Sanke jetzt Mit der Risikoaufgabe ins Netz 4-5 Es wird damit noch einmal etwas lauter hier In der Arena Die an sich schon sehr, sehr laut ist Insbesondere, wenn sie so voll ist wie heute Schwabe gut gerettet gegen den Schlag von Tormann Erneut die Chance, jetzt Topic Und der Punkt für Schwerin 5-5 Der Topic sah etwas unglücklich aus Im letzten Satz in Istanbul So Schwerin Knapp nach einem tollen Spiel 3-2 verlor Und jetzt Topic mit dem Ast 6-5 Also deutlich Deutlich bessere Angaben in diesem Jahr Vom Schwerinersportclub Im Vergleich mit dem letzten Und kaum gesagt Da gibt es das nächste Ast von Mirat Topic Und das Geheimnis So sagen Die Schwerinerspielerin selber Das gibt es nicht Weil sie machen nichts anders wie vorher Aber so ist das manchmal im Sport Gutes Spiel von Schwerin Gerade Topic Und der Block Von Brando und Retzlar Lässt das Publikum aufjubeln 8-5 für Schwerin Technische Auszeit Ja und im ersten Teil des ersten Satzes Haben die Mannschaften schon hier können Aufblitzen lassen Das ist noch nicht ganz Ein Finalspiel Aber man merkt doch schon Wer hier spielt Das ist auch nicht Das ist auch nicht Das ist ein Problem Welches sagst du Das ist erst am Februar Dann alle Führungen In der Dachlos dazu Wir haben den Rhythmus wieder aufgenommen, das heißt für den Spariner Sportclub. Und genau das sollte Spariner auch. Jetzt gibt es noch Diskussionen zwischen dem zweiten Schiedsrichter und dem Dresdner Trainer. Das soll auch nochmal gewischt werden an der Seite. Können sie jetzt nicht sehen. Und Mira Topic kann jetzt das Spiel weitermachen. Hat den Rhythmus sicherlich etwas gestört. Klasse von Lisa Thomsen. Und Julia Rettler mit dem Punkt für Spariner. 9,5. Und Mira Topic. Und Anja Branden mit dem Block. 10,5. Topic. Aber nichts zu machen gegen den Schlag. Die Sanke kriegt nur noch eine Hand ran. Aber der Punkt. Sicher. Und Katharina Schwabe. Arne Mathis. Gute aufgepasst auf Dresdner Seite. Lisa Thomsen wieder mit einer klasse Einlage. Und dann in den Block geschlagen von der Außen zu außen. 11,6 für Schwerin. Und Auszeit jetzt genommen von Dresden. Natürlich, mit dem Spiel kann man nicht zufrieden sein. Da wird auf dem Feld jetzt noch was verändern. Wir sehen das mit der Taktik-Tafel in der Hand. Wird das Spiel jetzt neu gestalten. Muss sich auf die stark gesperrte Faser jetzt einstellen. Anja Branden wird den Ball jetzt reinbringen. Aber ich möchte nochmal auf Lisa Thomsen zurückkommen. Die bisher ein herausragendes Spiel macht. Wenn man das so sagen kann. Beim Stand von 11,6 im ersten Satz. Und der Ball immer aus. Punkt für Schwerin. Haben die Dresdner Spieler anders gesehen. 12,6. Der Ball zu weit von Anja Brand. 12,7. Aber gerade diese Einlagen, wie wir sie jetzt von Lisa Thomsen gesehen haben, erinnert noch sehr an das Finale-Hinspiel aus der letzten Saison. Damals nicht Lisa Thomsen, sondern Janine Völker mit diesen Einlagen. Aber es sah ähnlich gut aus. Und Julia Retzlaff. Mit dem 3,10 zu 7. Mit dem 3,10 zu 7. Wieder klasse von Thomsen. Und der Punkt von Bernd Kaupel. Und der Punkt von Bernd Kaupel. Und der Punkt von Katharina Schwabe. Gegen den Block. 8,14 aus der Sicht von Dresden. Und Petersen. Bei der Angabe. Ja, Hanke. Drückt den Ball rüber. Aber der Block von Schwerin. Der Ball im Aus. Punkt für Dresden. War ein guter Block von Julia Retzlaff. Aber er passt nicht ganz ins Feld. Petersen. Und Retzlaffs Ball immer aus. Aber es war jemand dran. Der Punkt geht nach Schwerin. Habe ich nicht so gesehen. Aber der Schiedsrichter hat einen besseren Blick drauf. 15,9. 15,9. 15,9. 15,9. 15,9. 15,9. 15,9. 15,9. 15,9. Da muss er gar nicht hingehen, Schwabe. Die Angabe von Retzlaff wäre wohl ins Ausgang. Aber die Chance für Schwerin und Bernd Kauffeld. Zweite technische Auszeit. 16,9. Es sieht sehr gut aus für Schwerin hier im ersten Satz. Nach dem guten Beginn von Dresden, 4-1 Führung, ist nicht mehr viel gekommen aus der Landeshauptstadt Sachsens. Auch wenn das Spiel nicht die höchste Priorität hatte in Dresden, hat sicherlich die Champions League noch ein wenig Vorrang, das Achtelfinale, was demnächst ansteht. Aber trotzdem hat sich Schwerin hier fantastisch reingefunden in das Spiel. Machen ein gutes Spiel und führen deshalb auch verdient mit 16,9. An der Ball von Retzlaff jetzt doch zu deutlich im Ausgang. Da gehen die Dresdnerinnen, der jetzt nicht mehr hin. Und deshalb kann Katharina Schwabe selber zur Angabe kommen. 16,10. Wieder Lisa Thomsen mit den Applaus und Mira Torpic, das war klasse. Das war richtig klasse, hat den Cross-Schlag angetäuscht und in der Longline abgelegt. 17,10. Berre Kaufels. Am Blocker vorbeigeschlagen und gepunktet. Robin Dekruyff darf jetzt auch zur Angabe 17,11. Und zum zweiten Mal der gute Block auf Schweriner Seite. Scheint sich Mira Torpic aber ein bisschen wehgetan zu haben, so sah mir das aus. 18,11. Und Wechsel jetzt bei Dresden. Mathis geht raus und Grit Müller kommt. Schauen wir mal, ob sie das Spiel von Dresden beleben kann. Denise Hanke. Das ist ja der Wahnsinn heute. Mit dem ersten Ball und dann ins Netz. Ohne Auszeit genommen von Dresden. Und da wird es wohl gleich noch einen Wechsel geben. Soltenberg wird kommen, verapelt. Also dass man in Sperin hinten liegen kann, das hat man auch in Dresden gewusst. Aber mit dem Spiel kann er nur ganz und gar nicht zufrieden sein, der Dresdner Trainer. Jetzt der angesprochene Wechsel. Marien Appet geht aus dem Spiel und Femke Stoltenberg kommt herein. Sinti ist Hanke prellt den Ball wie ein Uhrwerk und jetzt kann es weitergehen. Guter Schweriner Block. Aber gegen den Schweriner vom Block abgefälschten Ball ist dann kein Kraut gewachsen. Und dann Grittmüller und Femke Stoltenberg. Jetzt bei der Angabe. Die Angaben von Dresden versprühen einfach nicht die Gefahr, die die Angaben von Sperin versprühen. Und Iroko Hakuta macht sich bereit zur Einwechslung. Topic scheitert Antezahari. 21-13. Grittmüller. Tormann. Der Ball noch gerettet, wieder Müller. Und Retzlafen mit dem Punkt für Schwerin. hat sie die nicht vorhandene Lücke gefunden im Block. 22-13. Und er müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn Schwerin diesen ersten Satz nicht gewinnen sollte. Das war aber hervorragend von Stoltenberg. der Brand kam da zu spät. Vierfache Berührung, weil der Ball nicht drüber kommt. nicht berührt wurde von den Dresdnerinnen. 22-15. 23-15. 23-15. 23-15. 24-15. 24-15. 26-19. 25-19. 26-19. 25-19. 25-19. 25-20. So zeigt es der Lidienrichter. Und damit heißt es Satzball für den Schweriner Sportclub. Unter den Augen der Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Schwerin schlägt Patricia Thormann auf zum Satzgewinn. Und Denise Hanke mit ihrem zweiten Ball zum ersten Satzgewinn für den Schweriner Sportclub. Auf geht's in Satz Nummer 2. Mit 25.15 gewandt der Schweriner. Es zählt den ersten Satz überzeugen gegen die deutsche Vierzemeister. Schauen wir mal, wie das im zweiten Satz aussieht. Und der erste Punkt geht wieder an Dresden. So ja auch im ersten Satz. Da führte Dresden schon mit 4 zu 1. Bis der Schweriner SC das Tempo anzog. Topic. Klasse. Mit Übersicht. Erfroren gespielt. 1-1. Der Rittkaufeld. Ah, der Block von Hanke. Zu wenig an der Mathis. Mit dem 2-1. Gut noch gemacht von Mirat Hoppitz. Und das war hervorragend gespielt. Nicht blind gegen die Blocklage. Nicht blind gegen die Blocklage nochmal rübergelegt den Ball. Und Stephanie Kark mit dem 3-2-1 für Dresden. Hervorragend gerettet von Hanke, Topic. Erneut die Chance für Dresden. Denise Hanke boxt die Chance für Dresden. Und diesmal reicht die Rettungshart von Denise Hanke nicht. Der Punkt durch Judell Peterson. 4-1 für Dresden. Guter Dresdner Block gegen Topic. Anja Brand hat kein Glück. Der Ball rollt übers Netz. Niemand ranne. 1-5. Auszeit durch den Schweriner Sportclub. Die Laufzeit durch den Schweriner Sportclub. Ja, 1-5 ist jetzt nicht unbedingt der Spielstand, wo man unbedingt in Panik verfallen muss. Auf schweriner Seite. Vor allen Dingen nicht dann, wenn man den ersten Satz gesehen hat. Auch wenn es da losging beim 1 zu 4. Aber am Anfang des Satzes steht Dresden wieder geordnet. Und das ist sicherlich ein psychologischer Vorteil, dass man den Schweriner Trainer so früh zu einer Auszeit zwingt. Im ersten Satz hat Ten Boys ja vollkommen darauf verzichtet. Top-Edge. Dresden steht jetzt deutlich besser. Guter Block von Hanke und Brand. Piedersen durch den Block durchgeschlagen. Da war die Lücke der 1 zu 6. Und das lässt einige Dresden hier schon zu Jübelstürmen hinreißen, wenn das mal nicht zu früh ist. Mira Torbic geht. Anne Boys ersetzt sie. Vielleicht gerade nicht die schlechteste Idee. Wir werden es beobachten. Machen Abhits. Gut gerettet auf Dresden der Seite. Und der Ball ist im Außen. Mathe ist zu weit. 2-2-6. Aha, der Lisa Domsen mit ihrer Annahme. Muss sie nicht tun. Punkt geholt. Oh, ihre erste Schwäche am heutigen Tag. Denise Hanke. Hervorrag angespielt. Stefanik Haag macht den Punkt. Kurze Variante haben die Dresden am ersten Satz gar nicht gespielt. Anne Mathe. Und Stefanik Haag nutzt die schwache Annahme. 2-2-1, erste technische Auszeit. Ja, Dresdner Fans hier unter uns bester Laune. Aufgrund des zweiten Satzes. Aufgrund des ersten kann es nicht sein. Wollten hier schon mal eine La Ola anstürmende Arena. Aber so ganz springt der Funke noch nicht über auf die Schweriner Fans. Dabei wäre das gar keine so schlechte Idee, vielleicht ein wenig das Feuer zu entfachen, um es zu übertragen auf das Spielfeld. Weil ein wenig Feuer braucht der Schweriner SC jetzt, um sich auf die neue Stärke der Dresden einstellen zu können. Vielleicht wäre auch noch ein weiterer Wechsel eine Option. Anna Orgenhorst ist auch eine weitere Angreiferin. Auf der Bank quasi, stehen hier am Rande, machen sich nebenbei warm, richtigerweise. Da kommt rein, Tormann. Wieder klasse Block. Von Kark und Gritt Müller. Schon eine andere Dresdner Mannschaft jetzt auf der Platte. Und der Punkt geht an Schwerin. Der Ball vom Block an die Antenne. 3-9. Und jetzt Anne Beuys. Ebenfalls mit einer Sprungaufgabe. Das ist natürlich zu wenig jetzt. 10-3 für Dresden. Im zweiten, Stephanie Kark. Und der Ball kommt noch rüber. Und der Ball kommt noch rüber. Klasse gerettet von Denise Hanke. Patricia Tormann. Der Ball haben sie sich erkämpft. Insbesondere durch Denise Hanke. Durchschnaufen auf Schweriner Seite. 4 zu 10. Klasse gerettet von Beuys und Tormann. Juretl hat mit der Chance. Und das war ein wenig zu einfach. Robin De Griff mit dem Punkt. Juret Pedersen. Und Rättschlapp mit dem Ball ins Netz. Das ist doch deutliche Unsicherheit jetzt im Spiel des Schweriner Sportklubs. Jetzt haben wir fast ein umgekehrtes Bild vom ersten Satz. Da führte Schwerin deutlich. Jetzt Dresden. Rättschlapp. Der Ball ist im Aus. Der Punkt geht nach Dresden. Keine Dresdner Spielerinnen mehr dran. Und Auszeit vom Schweriner Sportklub. Noch vor der zweiten technischen Auszeit die zweite Auszeit zu nehmen. Sagt einiges über diesen Satz. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ruhe. Und wenn das Spiel schon nicht viel Freude bereithält, gerade für die Schweriner. So amüsiert man sich doch über den Hallensprecher, der die Dresdner noch einmal zur Welle animiert. Die auch vollständig mitmachen. Aber die Schweriner bleiben trotzdem sitzen. Führt die zu einiger Erheiterung, das Bild der fünf aufgestandenen Dresdners. Zurück zum Spiel. Judith Petersen. Klasse gerettet. Jetzt Patricia Tormann. Nicht mit vollem Schwung. Mit dem Block. Aber der erste Mal aus. Durch Gritt Müller. 14, vier. Für Schwerin fühlt sich das gerade an, wie auf der anderen Seite der Gabel zu stehen. Nachdem man im ersten Satz so deutlich geführt hat. Und wieder der leichte Punkt am Block. Dietersons Angaben ziehen. Schwerin momentan den Zahn. Das Positive macht sie noch einen Punkt. Gibt es noch einmal Auszeiten. Die zweite technische. Beuys. Zu wenig Schwung. Und der Ball abgefällt. Die zweite technische Auszeit beim Stand von vier zu sechzehn aus Schweriner Sicht. Nachdem man den Zahn. Sie sind sehr zufrieden. Und wir haben die nächste Auszeit beim Bestes-Gespiel am 7. Februar. 19 Uhr. Ich bin mir jetzt sehr dank dir. Die Eierne. Achim. Die Eierne. Die Eierne. Die Eierne. Die Eierne. Das ist die Runde und das ist die Schriftstelle, 8.75, 4.10 Uhr. Ja, auch ein Bild, was man nicht allzu oft sieht in der Spariner Arena. Die Gäste animieren das Publikum. Die Spariner nehmen Stank dann. Und Judith Petersen darf erneut. Sonne, Beuys, das war schon deutlich mehr Schwung, auch wenn es noch nicht zum Erfolg geführt hat. Oh, das war Klasse von Grit Müller, dass sie den Ball wieder reinbringt. Der Ball immer aus von Anne Beuys. Die Idee aber richtig. 4-17. Und Bernd Kauffeld. Da werden sie schwer durchatmen. Auf Spariner Seite. Die Aufschlagsdominanz von Petersen gebrochen. Und jetzt Tormann. Ja, Punkt ging schon vor. Tormann aus Sparinen. Netzberührung. 6-17. Götzlaff. Götzlaff. Sehr gut aufgepasst von Tormann. Und der Punkt durch Bernd Kauffeld. 7-17. Aber jeder Punkt hart erkämpft. Wieder Tormann. Kein geschlossener Block von Kauffeld und Hanke. Punkt für Dresden. 18-7 für die Gäste. Götzlaff. 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 Und der Punkt von Bernd Kauffeld. Das scheint jetzt das Erfolgsrezept zu sein. Hanke auf Kauffeld. 18-8. Julia Rettlaff. Klasse Bonk von Junette Petersen. 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 Schön gespielt. Die Finse mit eingebaut. Und Patrick Tormann letztendlich. Mit dem Punkt. 9-19. Bernd Kauffeld. Bernd Kauffeld. Bernd Kauffeld. Guter Ball von Beuys, auch wenn nicht erfolgreich. Und der Block von Anne Beuys. 10-20. 10-20. Eine gute gefährliche Angabe von I.A.K. Schwerin jetzt gut gebraucht. Guter Block, neuer Versuch. Wieder steht der Schweriner Block und jetzt da steht auch der Dresdner Block und den Ball kann keiner mehr abfangen. Dann macht es mit dem Punkt. Und Emil Jena darf jetzt auch zur Angabe. Und der Ball scheitert am Block. Zehn, zweiundzwanzig. Ja, da bläst Assistenztrainer Andreas Ranneberg die Backen auf. Zweimal klasse gerettet vom Schweriner Sportclub gegen Stefanie Kark. Wieder gerettet und Denise Hanke bringt den Ball rüber. Und Kark schlägt den Block an und der Ball im Haus und damit Punkt für Dresden. Anne Matos. Anne Beuys. Elf 23. Das war klasse gespielt von Judith Petersen mit sehr sehr viel Übersicht. und jetzt heißt es Satzball Dresdner SC. 13 Versuche haben sie. Und der erste gelingt. Anne Beuys kommt nicht richtig zum Ball. Und damit geht der zweite Satz mit der Elf zu 25 an den Dresdner SC. Ja, die Titelmelodie der DVL ist erdünn. Und wir resümieren nach zwei Sätzen. 25, 15, 11, 25. Zwei ungewöhnliche Sätze beim Spiel des Schweriner Sportclub gegen Dresden SC. Jetzt geht weiter. Satz 3 ist eröffnet von Denise Hanke. Und auch im dritten Satz geht der erste Satz. Der erste Punkt nach Dresden. Der erste Satz gewandert der Spariner SC. Romelu Grülp. Mit der Angabe. Und der Ball soll Richtung Anna Beuys gehen. Ja. Die Richtung hat er ja. Die Höhe nicht ganz. Deswegen mal aus 1-1. Schwerin jetzt. Mit Miratopic da hat Julia Retzlaff. Also mit beiden gefährlichen Außenangreifern an der Beuys. Und Miratopic. Und Stefanie Kark macht da weiter, wo sie im zweiten Satz aufgehört hat. Starke Arbeit am Netz. Maren Arpitz. Der ist im Netz. 2-2. So schnell hat sich der Schweriner Sportklub in diesem Spiel noch nie zum zweiten Punkt hinreißen lassen. Anja Brand. Und der Ball vom Partizia Tormann vom Block an der Antenne. Der Punkt für Petersen. Der macht ein wirklich gutes Spiel. Anne Matis. Patrizia Tormann mit dem Ausgleich. Orange. Die. 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 Yah! Oha wahnsinnig gut gerettet von Deniz Hanke. und stephani kag mit dem punkt und das ziel des balles mir aber der ball kommt auf andere boys 35 dresdner haben da jetzt einfach den richtigen kniff gefunden und da war jemand dran da war der block dran und der punkt geht nach sparen die fünfte kaufelt direkt angezeigt und auch der linie anrechter hat das so gesehen an der boys da nicht ganz rund aus die angabe und wieder durch den block durchgeschlagen diesmal romantik ruf 46 fragt mich wurde schwer in der schwung aus dem ersten satz hin ist juda petersen und mirad hoppetsch durch den block durch das ist wichtig dass es bei ihr auch wieder funktioniert die 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 Und Mira Topic mit dem Sechsten Seck. Wo Anne Beuth vorher massig Schwierigkeiten hatte mit der Annahme des Balls. Und wie der Kopf fällt. Der war allem aus. Die Führung für Schwerin. 7-6. Ja, welch ein Aufschrei. Deniz Hanke. Klasse Ball. Erste technische Auszeit. 8-5. Führung für Schwerin. Ja, durch Outman auf Schweriner Seite. Man hat sich doch wieder zurückgekämpft in dieses Spiel. Insbesondere Diniz Hanke hat sich da sehr hervorgetan. Und auch Mira Topic, die jetzt wieder trifft, ihre Bälle wieder in Punkte verwandeln kann. Ja. 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 Und Anne Beuys bekommt den Ball nicht. Der war schwer zu nehmen. Aus dieser Position schwer zu sagen, ob sie den hätte überhaupt nehmen müssen oder wenn der Ball ins Haus geflogen wäre. Seisgrum, Grittmüller. Das war Anja Brandt. 9,7. Und das Ass von Denise Hanke. Der hat aber genau ins Spielfeld gepasst. Wie für sie gebaut. 10,7. Und Outside genommen vom Dresdner SC. Wenn ich als Sperina-Fan jetzt abergläubisch wäre, würde ich sagen, das ist ein gutes Zeichen. Denn es hat in jedem Satz bisher nur eine Mannschaft eine Auszeit genommen. Und das war einmal die, die den Satz verloren hat. Schauen wir mal, ob sich das so fortsetzt. So eine Auszeit natürlich auch immer in der Mitte, um den Rhythmus zu nehmen. Um das Maß zu nehmen von Denise Hanke. Schauen wir mal, ob sie es jetzt wieder findet. Klasse, Lisa Thomsen. Und ein Klasse-Block von Patricia Thomas. L7 und wieder Denise Hanke. Ball im Netz. Kann passieren. Jetzt gibt es einen Wechsel. Bei Dresden. Robin DeGolf geht raus. Magdalena Gürka kommt dafür. Wieder hervorragend gerettet von Denise Hanke. Der Ball ist zwar auf der Dresdner Seite gelandet, aber an der Antenne vorbei. Deswegen der Punkt für Dresden. Elf, neun. Und jetzt wissen wir auch, warum Alexander Weibel, der Trainer des Dresdners Cs, Jürka eingewechselt hat, aber der ist soweit. 12.09 und da gibt es den Wechsel wieder zurück. Und Robin DeGolf kommt zurück ins Spiel. Und der Ball hat ganz genau gepasst von Judith Petersen. Und der Ball hat ganz genau gepasst von Judith Petersen. 12 zu 10. Maren Apeth. Der Ball im Aus, sagt der Linienrichter. Da hatten sich die Sperriner Fans schon gefreut. Das war natürlich ein wenig Ernüchterung dann. Und dabei. 12.11. Oh, das war nicht ganz so gewollt, aber dafür umso besser. Anja Brand. Der Ball gar nicht richtig erwischt, aber damit hat er die richtige Geschwindigkeit für diesen Punkt. Anja Brand. Gute Angabe. Miratoppel, klasse. 14.11. Auch noch der Ball von Petersen. Wieder gut gespielt. 14.12. Mathes. Und Hormann mit einem Klasse-Cross schlagen. 15.12. 15.12. Der Ball in der Aus. Es war laut Schiedsrichter Keilen eine Sperrinerin mehr dran. Wie die Dresdner es gern gehabt hätten. Zweite technische Aufszeit. Ein wenig Verwunderung auf der Dresdner Seite noch. Aus meiner Position sah es aus, als wenn eine Sperrinerin noch dran war. Aber dafür gibt es die Schiedsrichter, die stehen eben genau auf der Linie. Die sehen das etwas besser als wir. Wir sind hier zur�obsen Hinschwedeln in die Dresdner Straße aus. Du bist ein Jahr mit dem Sie hier auf unserer Ausgericht gefrehen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir so viel wie möglich machen, denn wir werden in der Kinderstadion 2006 und 2007 Es gab noch eine kurze Beschwerde vom Dresdner Trainer, an Deni Richter. Kann doch nicht sein, dass ihr das nicht seht. Klasse Ball vor den Beret-Kaufeld. Sorgt natürlich auch für eine klasse Atmosphäre jetzt hier in der Arena. Begleitet vom Hallensprecher im Stile eines Radio-Kommentators und Denise Hanke mit ihrem zweiten Ball. Und Auszeit genommen vom Dresdner SC. Und da wird es gleich wahrscheinlich noch einen Wechsel geben auf Dresdner Seite. Ja? 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 Und jetzt kommt er zum Wechsel bei Dresden, Katharina Schwabe kommt zurück ins Spiel für Müller, 18 für Sparinen, Patricia Tormann, der Ball immer aus, kein Block war dran, also Punkt für Sparinen, 19 Spalt. Und Stefanie Kark konnte sich bei weitem nicht so viel auszeichnen im dritten Satz wie noch im zweiten. Aber als Wandschaftsführerin muss sie vorweg marschieren und das tut jetzt mit der Angabe Stefanie Kark. Klasse von Hanke auf Beuys. Da hatten sich alle auf Kaufeld eingestellt, alle sind davon ausgegangen, sie würde den Ball bekommen und dann war die andere Seite völlig offen für Anne Beuys. 20-13. Klasse Angabe von Beuys. Und gleich ein hinterher. Nein, der bleibt im Netz hängen. Klasse von Kaufeld am Netz. Und der Ball von Torpec landet im Block und Anne Beuys kriegt den Ball nicht gerettet. Die Annahmen sind nicht die stärksten heute von Anne Beuys. Petersen. Wieder so eine Annahme von Beuys, die nicht gelingt. Torpec. Der Ball zu weit. 20-15. Die richtige Zeit für einen spannenden Film und der bietet sich gleich an, dass Dresden hier noch weiter rankommen sollte. Der Ball im Haus und erneut der Punkt für Dresden. 20-16. Auszeit genommen vom Schweriner Sportclub. Ein Novum bisher in diesem Spiel. Bisher hat es noch nie einen Satz mit einer Auszeit von beiden Mannschaften gegeben. Jetzt ist das erste Mal. Also es hat hier, welches Spiel der Sprecher am Kretiker-Oderwelle im Interessen der Fans der Sprecher am Kretiker-Oderwelle. Judith Petersen. Die Abstimmung nicht gepasst zwischen Hanke und Kaufeld. Und der Krimi nimmt immer mehr Vormann an. Petersen. Guter Ball von Hanke, aber ebenso gut aufgepasst von Scherlich. 18-20 und es gibt die neunte Auszeit vom Schweriner Sportclub. 1, 2, 3, 1, 5. Und die Laola der Dresdner Fans wird nochmal angestimmt. Und sie hat sich von 5 auf 7 Leute gesteigert. Man soll ja alles positiv sehen. Nicht ganz so positiv ist die Entwicklung zu sehen, der Sprecher der Sportclub hier im 3. Satz. Dann hat sie sich doch deutlich abgesetzt. Jetzt ist Dresden wieder dran. 20, 18. Judith Petersen. Oh. Kein guter Ball von Anna Beuys. Und Mira Toppet schlägt den Ball ins Aus. 20, 19. Und auch da sollte man vielleicht Anna Beuys eine Pause können. Und der Block von Toppet im Haus. Und so kann sich Robyni freuen, der Ausgleich beträgt es in 20-20. Und das nimmt die Schweriner Arena zum Anlass aufzustehen. Und Petersen scheint beeindruckt. Punkt für Schwerin. 21, 20. Kauppfeld. Macht den Direktenpunkt. Anna Mertes kann den Ball hier annehmen. 22 zu 20. Und der Block von Anker und Brand. Letztes war ihn auf. Jubel. 23, 20. Wieder eine gute Angabe von Kauppfeld und der Block von Mira Toppet. Und das heißt Satzball für den Schweriner Sportclub. Ja, da haben sie doch noch mal die Kurve gekriegt, oder? Boah, was für ein Ball von Maren Apels. Da staunt man auch in der Arena in Schwerin. Der erste Satzball abgewehrt. Katharina Schwabe. Und das war's noch nicht. Der Block von Hanke und Brand diesmal nicht erfolgreich. Anne Mertes darfst er da punkten. Schwabe. Schwach von Toppitz, besser von Toppitz. Der dritte Satz geht an den Schweriner Sportclub. 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 Anja Brand. Zum ersten Mal in diesem Spiel macht Schwerin den ersten Punkt. Aber Schwerin führt hier nach drei Sätzen mit 2-2-1. Anja Brand ganz klasse am Netz. Aber der Punkt geht nach Dresden. Falsch gespielt zeigen die Schildsrichter an. Ungewöhnliche Entscheidung. 1-1. Vom Blockfenster aus. 1-2. Marina Appels. 1-2. Wahnsinnig gut gerettet auf Dresdner Seite. Brand kriegt den Ball nicht richtig getroffen. Jetzt muss der Block stehen. Thomsen rettet. Und Hoppitz macht den Punkt. Toller Ballwechsel. 2-2. Mirat Hoppitz. Klasse von Denise Hanke und der Ball fällt durch für Anne Beuys. Da hat sie Glück. Noch den Ball, den Ball hat Anne Beuys. Selber schon weg gedacht. Und dann fällt er doch noch durch. Der Ball von Mirat Hoppitz zu weit. 2-3-3. 2-3-3. Anne Mathe. Schwacher Name erneut von Anne Beuys. er kann sich der tierisch aber der böseste blick der kommt vom trainer wird es direkt wieder gut machen an der boys und rettet den ball sogar noch mit dem fuß und den ball ist nicht mehr zu holen 3 5 das war ja mehr gut wie an dem ball geht mit dem fuß macht aber eigentlich genau richtig belohnt wird sie dafür nicht drückt den ball durch 4 5 an der brand klasse ball von anja brand stefanie klag 6 5 Ja, guter Ball von Berit Kauppfeld, den Dresden hätte ich wieder rüberbekommen und ob Lisa Thomsen unbedingt die beste Variante ist, um sie anzuspielen bei der Annahme. Das halte ich für gewagt. Das war umso besser gespielt. Grit Müller mit dem Punkt. Beuys, macht den Punkt. Bitte guttun. Powert sich da selber hoch. Sprungaufgabe. Denise Hanke mit dem Punkt und technische Auszeit. Diese zweiten Bälle, die sie immer wieder mal nimmt, ein gutes Auge dafür hat, wann sie die nehmen kann und wann sie erfolgreich sind. Gute Quote dabei. Und jetzt haben wir genau das spannende Spiel hier, was wir eigentlich schon die ganze Zeit erwartet hatten. Was aber irgendwie nicht so ganz geklappt hat. Im ersten Satz fand die Dresden dann die ganze Auferhöhe. Gaben den Satz mit 15 ab. Im zweiten Satz nahm sich der Schweriner Sportklub eine Auszeit und brachte es nur auf 11 Punkte. Im dritten Satz war dann der Schweriner Sportklub stark, war schon weit weggezogen auf 18 zu 12. Ließ Dresden nochmal auf 20 zu 20 ran kommen und brachte den Satz dann mit 25 und dann auch in Fahrt. Nun steht es nach der ersten technischen Auszeit 8 zu 7 für den Schweriner Sportklub an der Beuys. Zu weit. Mit zu viel Schwung geschlagen. Grip Müller. Sehr gut gespielt. Von Bernd Kaufeld in den Block gelegt. Kommt niemand mehr hin. Neuner. Und der Ten Beuys spricht kurz noch mit Bernd Kaufeld. Das sah mir so ein bisschen aus wie Haufhol drauf. War sicherlich so, dass sie alleine entscheiden konnte. Der Punkt geht aber nach Dresden. Nach dem Mathe ist. Mit dem Punkt. Mit dem Punkt. Mit dem Punkt. Da kriegt Anja Brand den Ball durch die Hände geschlagen. Nicht zu wollen. Punkt durch Judel Biedersen. 10 zu 9 für Dresden. Und Anja Brand bei dem Punkt. Und jetzt kommt die Angabe. Die beiden Trainer, die sich am Spielfeld postiert haben wie zwei Schach-Großmeister. Und das Treiben beobachten. Und Stefanik Haag mit der neunten Führung für Dresden. Zu 10. Zu 10. Maren Apitz. Nicht richtig getroffen von Anja Brand. Und die Chance für Dresden. Und der Punkt geht nach Schwerin. Weil Judith Petersen im Netz war. Auch wenn der Ball durch die Hände von Topic geht. 11 zu 11. 12 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 zu 11. Und der Ball soll jetzt auf die rechte Seite gezogen werden. Gritt Müller, denke ich, das anvisierte Ziel. Nee. 12 zu 11. Und die Chance für Sperino Führung. Eine Beuys. Nicht gut getroffen von Anja Brand. Klasse am Netz. Das erste Mal, dass wir den Ball von Kaka entschärfen konnten auf Spariner Seite. Lasse gerettet von Denise Hanke und jetzt Mira Topic aus dem Hinterfeld, als Lupfer gespielt. Rane Beuys bringt ihn nicht rüber, scheitert am Block. Tormann, schön reingelegt. Da waren sie sich uneinig auf Dresdner Seite. Der Gritt Müller geht letztendlich hin, aber zu spät. Auszeit vom Dresdner Sportclub. Für alle abergläubischen Menschen in Schwerin, ihr könnt jetzt beruhigt sein. Die Auszeit genommen vom Dresden. Ansonsten jetzt ein sehr, sehr spannender vierter Satz. Schwerin kämpft sich von Punkt zu Punkt. Für 13,11 hat man ein bisschen zu kämpfen. Noch Spariner Seite mit den Annahmen von Anna Beuys. Und mit dem guten Dresdner Block. Auf Dresdner Seite hat man mit dem Kampfgeister Schweriner zu kämpfen. Und das war gut gespielt. Und Anne Mathis macht den Punkt gegen den Ein-Mann-Block von Anna Beuys. Und Anne Mathis. Verschätze ich Anna Beuys. Der Ball ist drin. 13,13. Und Patricia Dormann gegen den Block. Ansonsten. Der Ball ist in der Schwerin. Der Ball ist in der Schwerin. Auf sie ist Verlass auf Schwerin'er Seite. Anne Beuys. Da muss Patricia Dormann, glaube ich, nicht mehr hängen gehen. Der Ball wäre wohl ins Aus gegangen, sei es drum. Nichts für schwache Nerven. Dominik Haag. Der Punkt von Judith Petersen, 15-14. Dominik Haag. Nicht gut gespielt. Rutschweriner Seite. Neuer Versuch. Anne Beuys, das war klasse. Das war ganz stark. Der Ausgleich, 15-15. Klasse Angabe von Thorman. Hanke, der passt. 16-15. Zweite technische Auszeit. Ja, und der Ten Beuys, das konnten sie gerade nicht sehen. Richard von seinem Co-Trainer sagt, warum denn nicht gleich so? Warum nicht immer so? Es geht doch. Und da geht jetzt die Welle durchs Schweriner Rund. Sie sehen das im Hintergrund. Sie sehen das im Hintergrund. Gute Laune. In der Arena am Lamprecht. Da lassen sich auch die Spielerinnen nicht lumpen. Das ist eine Stimmung, wie wir sie beim Sport sehen wollen. Noch mal angemerkt. Die Initiative zu dieser Welle kam vom Dresdner SC, beziehungsweise von den Fans des Dresdner SC. Und Patricia Thorman macht jetzt weiter. Und Berit Kauffell mit dem 17-15. Auch das ist eine Seltenheit. Denn Beuys, Schweriner Trainer, gerade mit einer Siegesfaust, wenn man so will. Mit einer Freudesfaust. Das sieht man nicht allzu häufig bei ihm. Der Ball von Thorman geht wieder rüber. Und der Block von Beuys geht ins Haus. So langsam kochen hier die Emotionen aus. Judith Petersen. Und der Punkt für Dresden. Robin Degröf. 17-17. Jordan. Und der Wunderschick. Piersen. Das ist das in Kauffeld. Gegen Eingritte Müller. Sieg ein Gret Müller. 18-17. Annen Sieg. Die Idee nicht schlecht, die Umsetzung nicht gut, Ball im Haus, 18-18. Gerrit Müller geht jetzt aus dem Spiel. Katharina Schwabe kommt. Man soll die Angaben machen. Falsches Timing von Berit Kaufeld. Springt unter dem Ball durch, 18-19. Diesmal deutlich besser. Perfekter Ablauf, Beuys mit der Annahme, Hanke mit dem Zuspiel. Und Kaufeld mit dem Punkt. Und Gerrit Müller kommt zurück für Katharina Schwabe. Berit Kaufeld. Und der Punkt durch, Petersen, Brandt, kriegt die Hände nicht zu. Und er trifft, geht jetzt raus. Gürgar kommt. Und das haben wir auch zuvor schon gesehen. Mit guten Angaben hat sie den Schwerinerinnen das Leben sehr schwer gemacht. Schauen wir, ob ihr das nochmal geningt. Noch kleinere technische Probleme jetzt. Mit dem kann es noch nicht weitergehen. Ah, jetzt gibt der Schiedsreder, das zeige ich dir. Es kann weitergehen. Spielstand 19-20. Klaise Grette von Thomsen. Topic aus einem schlechten Winkel. Und Stefanie Kark mit dem 21 zu 19 für Dresden. Der Ball im Aus, ganz knapp. Der Punkt geht nach Schwerin. Der Ball im Aus, ganz knapp. Der Punkt geht nach Schwerin. Moment, wo, die Gruppe kommt? Kommt jetzt wieder rein, wird dann gleich für den contre hero ausgewechselt. Aber sie ist offiziell wieder im Spiel. Und jetzt gibt es Auszeit von Dresden. Ja. Auszeit genommen vom Dresden RC. Wenn Sie die Dresdler gesehen haben, haben wir mal kurz auf die Schweriner geschaut. Den Beuys spricht insbesondere die Absprache zwischen Denise Hanke und Berit Kaufeld. Noch einmal an, das muss funktionieren. Der Ball ist immer aus, aber es war eine Schwerinerin dran. Solange sich schützt, dreht er 20-22. Topic wusste nicht ganz, wohin mit dem Ball. Auch eine schlechte Position, 20-23. Das war kein guter Ball. Aber jetzt der Punkt von Thormann. Es gibt noch einige, die sich über die Art und Weise des Drittschens beschwerden. Das wäre nicht ganz regelkonform gewesen. Sei es drum, der Punkt macht Patricia Thormann. 21-23. Gut gespielt und da kommt Topic nicht mehr hin. Und dann heißt es Matchball für Dresden. Satzball natürlich, jetzt lasse ich mich schon vom Hallensprecher irritieren. Matchball wäre es für den Schweriner SC gewesen. Aber Dresden führt mit 24 zu 21. Anne Mathes. Ball ins Netz. Erster Satzball abgewehrt. Und Anja Brand bisher mit guten Angaben. Davon könnte Schwerin jetzt welche gebrauchen. Klasse gerettet von Schwerin, aber Dresden hat nochmal die Chance. Topic kann nochmal retten, aber der Ball landet wieder auf Dresdner Seite. Und Stefanie Kark macht den Satz perfekt. 25-22 für Dresden und wir kriegen den Tile Break. Ja, Spannung wird nicht dadurch ausgedrückt. Das ist vom Anfang bis zum Ende unbedingt Spannung sein muss. Sondern spannend, das wird am Ende. Und jetzt haben wir die Spannung. Fünfter Satz, Schweriner Sportclub. Der deutsche Meister gegen den deutschen Vizemeister, den Dresden SC. Den die Tanke öffnet den Tile Break. Und der erste Punkt geht nach Dresden. Judith Petersen war das. Marin Apitz. Der Block von Topic ins Haus. 0-2. Und man muss ja dran denken, Satz Nummer 5 der Tile Break, der geht nicht über 25. Es sei denn, sie können sich bis dahin nicht entscheiden, welche Mannschaft zwei Punkte vor ist. Ab 15 kann der Satz entschieden sein. G 35. Das sind seit zwei Wochen gewissen. Arpitz. 3. Lisa Thomsen. Dubi. Hänesvu frozen. Hauszeit genommen vom Schweriner-Spot-Club. Uieieieieieiee! Nachdem man den ersten Satz mit 25 zu 15 gewonnen hatte, sah das schon relativ sicher aus für Schwerin. So kann man sicheren. Jetzt liegt man im fünften Satz 0-3 hinten. Und Schwerin muss schleunigst das einfallen, wenn sie dieses Spiel hier gewinnen wollen. Und Doppelts scheitert erneut am Block von Petersen. 0-4. Ja, ein Tire-Break mit Heimvorteil. Beziehungsweise in der eigenen Halle ist wie Elfmeterschießen mit Heimvorteil. So hat es der Dresdner Trainer vor dem Spiel gesagt. Und das beweisen sie hier. Anne Mattes 0-5. Und Anne Beuys soll jetzt zurückkommen ins Spiel. Für Miratopic nehme ich an. Jetzt muss der Block mal stehen auf Schweriner Seite. Klasse von Lisa Thomsen. Und der Block von Topic. 1-5. Und Anne Beuys kommt für Patricia Thoman. Miratopic bei der Angabe. Klasse gemacht von Denise Hanke. Den Ball von Kark abgefangen. Und diesen Ball von Petersen kann sie nicht holen. 1-6. Klasse gemacht von Denise Hanke. Den Ball von Kark abgefangen. Und diesen Ball von Petersen kann sie nicht holen. 1-6. Klasse gemacht von Denise Hanke. Anne Mattes. Sind sie sich nicht einig? Miratopic gibt den Ball weg. 1-7. Das wird ganz, ganz schwer jetzt. Das wird ganz, ganz schwer jetzt. Ja und wenn der Block nicht steht, dann kann es nichts werden. Grit Müller. 1-8. Seitenwechsel. Und Gret Müller. 1-8. Seitenwechsel. schnell ein Geheimrezept einfallen oder sie müssen Zaubertrank schlürfen, wenn sie das Spiel hier noch drehen wollen. Dresden sieben Punkte vom Matchgewinn entfernen, Mathis. Guter Block von Schmarin. Retzlaff. Und der Ball fährt rein. 1 zu 9. Der Dresdner C ist jetzt einfach im richtigen Moment da. Und klasse gerettet von Lisa Thomsen, dem Topic, den Ball nicht wirklich annehmen kann. Und der Ball ist immer aus. 2 zu 9. Anja Brand. So war ein guter Ball von Grittmüller. Nicht zu holen von Anja Brand. 2 zu 10. Und der Glaube an die Mannschaft schwindet in der Arena. Und Petersen macht den Punkt gegen den Block. 2 zu 11. 2 zu 11. Der Ball von Kakemaus. 3 zu 11. Mira Topic schreibt ihre Mannschaft noch weiter an. Dresden. Dresden noch vier Punkte vom Matchgewinn entfernt. Anne Beuys. Ins Netz. Bezeichnend für ihr Spiel. Ihr Bestes war es nicht. 3 zu 12. 3 zu 12. Aber es war wieder kein gutes Timing. Zwischen Hanke und Kauffeld. Wird besser bei Retzlar, aber der Ball zu weit. Der Punkt geht nach Dresden. Auch wenn die Schwerinerinnen sich da beschweren. 3 zu 13. Petersen. Der Punkt nochmal von Hanke am Netz. 4 zu 13. 4 zu 13. Julia Rettler. Jetzt muss der Block mal stehen auf Sperriner Seite. Und der steht auch mit Denise Hanke. Aber der Ball geht ins A aus. Und damit heißt es. Jetzt Matchball. Für den Dresdner Sportclub. Und Katharina Schwabe schlägt auf zum Matchgewinn. Wenn Sie in die Gesichter der Sperriner Spielerinnen gucken, dann wissen Sie, wer hier gleich das Spiel gewinnt. Und der Ball immer aus. Matchball abgewehrt. 5 zu 14. Müller kommt zurück. Für Schwabe. Berit Kaufeld. Die letzte Ordnung für Schweriner am heutigen Tag. 1 zu 14. Und für den Ball geht es hin. 1 zu 15. Und gleich jetzt mal aufs Kosti. Und der Block von Topic. 7-14. Und das war's. Anne Mathis beendet das Spiel mit dem 15 zu 7 im fünften Satz. Der deutsche Vizemeister Dresden SC besiegt den Schweriner Sportclub nach 3 zu 2 Sätzen. Den Sieg im Training im Spiel, ganz gut. So, wir schauen mal ganz kurz, der Ex-Normatis der SC spielt jetzt. Jetzt kommen wir zur Wahl der Spielerinnen, das spielt. Der Sportklub wird zuerst gewählt. Lisa Atoms wird da gewählt. Nicht die schlechteste Wahl. Hat einen ganz starken ersten Satz gespielt. Viele tolle Bälle geholt. Und auf Dresdner Seite, Ten Boys wird das jetzt. Während ich denke mal an Judith Petersen geht kaum ein Weg vorbei. Und genau so sieht Ten Boys das auch. Hat ein ganz starkes Spiel gemacht. Hat großen Anteil am Sieg ihrer Mannschaft. Mit diesen letzten Bildern verabschieden wir uns hier von hier oben. Vom Schweriners Sportklub gegen Dresden SC. Dresden gewinnt mit 3 zu 2.